Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von mir. Let's Play eGammer, powered by eGammer's Network TV. Wir machen hier weiter mit Fun Fantasy 13 und schauen mal, was uns hier so erwartet in dieser faszinierenden Stadt, wo alles auseinanderbricht. Oh, eine Richtlanze, sehr schön. Alter, hier ist nur noch alles am Sterben und am Explodieren. Gut, machen wir erstmal hier die paar kleinen Gardisten platz. Das sollte machbar sein. So, schon besser als gedacht. Holy shit, am saften wie sonst was. Gut. Und ich bin bei weitem noch nicht fertig hier mit Leveln. Na, was willst du von mir? Ist er jetzt schon gewarnt oder habe ich ihn jetzt von hinten attackiert? Ja, Präventivschlag? Nein, schade. Ah, nichts wird mir gegönnt. So, pass auf, dann machen wir das so. Erstmal hier Augmentor, komplett reinhauen. Ich bin bei den ganzen BM-Mobs, bin ich wirklich vorsichtig. So, die haben einiges drauf, wenn sie dann irgendwie auf zwei Beinen stehen. Und da sollte man aufpassen. Auch wenn wir OP sind. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So, Manipulator und das war's. So, jetzt können wir angreifen. Ja, sehr schön. Ach du Scheiße. Jetzt gibt's aufs Maul. Hahaha. Übel. Hm, du mich auch. Ja, wir zergen den runter, das ist schon immer schön. Ja. Seh da, seh da. Er geht in seine Form. Heilt sich. Heilt alle Statusveränderungen. Sehr unschön. Sehr, sehr unschön. Hat ein Aerogar drauf. Aber wir haben einen schocken Stand. Sehr nice. Komm hoch mit dir. Und drauf packen. Weiter, weiter, weiter. Komm. Gib ihm. 999 Schaden. Sehr schön. Und weg mit dir. Komm, werde ich. Oh, kann er nicht. Problem, was? Ja. Hat ein bisschen länger gedauert, deswegen haben wir so wenig KP bekommen. Aber hey, immerhin haben wir ihn locker flockig besiegt. Sehr gut. Oh, mal gucken. Vielleicht ist hier irgendwas. Vielleicht ist hier irgendwas. Nö. Okay, können wir einfach durch, durch rushen hier. Bam, bam, bam. Hopp und hopp und hopp und runter. Und runter. Sehr gut. Nanu, was ist denn hier los? Oh, die ganzen... Oh, noch ein BMOV. Ein weißer. Ich weiß nicht, will ich das haben? Weil die Armeesoldaten kämpfen eigentlich gegen den. Nein, jetzt habt ihr die angegriffen, ihr Trottel. Scheiße. Oh, aber der auch. Komm, wir helfen den Gardisten, dem mal platt zu machen. Weil sonst ist es halt tot. Nachsetzen. Wir helfen zuerst den Gardisten und danach machen wir sie platt. Sehr gut. Easy going. Das Vieh kriegt richtig fett Schaden ab. Alter. Ja, gut. Ob die Gardisten wohl wissen, dass wir die gleich angreifen werden? Nice. Ey, das sind unsere Erfahrungspunkte. Haut mal ab. Gut. Sehr schön. Jetzt greifen die sich wieder weiter gegenseitig an. Was für Loser. Guck mal. Problem, was? Boah, die können ja gar nichts. Das ist ja übel. Wie haben die es geschafft, solange sie in Schacht zu halten? Die können ja nichts. So, tschüss. Tschüss und tschüss. Bye, bye. Target sind Target. Bye, bye. He ran to the next fight. Hm. Noch ein Behemoth. Ja, sehr schön. Und die kämpfen wieder gegeneinander. Sehr gut. Dann machen wir es mal platt. Komm, greifen wir mal schön an. Erstmal mit Augmentor machen wir uns. Ja ho. Und pushen uns. Scheiße. Warum hat er ziemlich jetzt angegriffen? Oh, kacke. Die haben sich gegen uns verbündet. Kacke. Und schön. Nein, lass es. Mach mal die Liege hier. Komm. Hau ab. Hau ab. Na, wenn die sich eh gegen uns verbündet haben, so, dann können wir die auch gleich angreifen. Musst du eben auf den Augmentor warten. So, jetzt einmal heiler. Und dann passt die Geschichte hier. Sehr gut. Gegen die Heilung kommen sie nicht mehr an. Zack, 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 zack. Whams, weiter heilen. Ab geht er. Sehr gut. Und jetzt in Angriffsformation. Auf den drauf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube, die Armee-Soldaten greifen den jetzt nicht mehr an. Was? Hat das Vieh jetzt ein Viertel unserer Leiste weggekloppt? Ich glaube, es hackt. Ey, dieses Mistvieh. Ekelhaft. Scheißdreieck. Vanille ist platt. Metafähigkeit. Beschwören. Ihr Kack-Bastarde. Na, warte. So leicht geht's jetzt nun auch nicht. Down. Und jetzt bekommt ihr das, was er verdient. Einfach für den Farrat. Mich verrät man nicht. Das haben schon ganz andere Personen festgestellt. Also, los geht's. Hahaha, down. So. Und weiter geht's. Bam, 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 bam. Sehr gut. Ruhiger. Hahaha. 16.000 Schaden, Mann. Nice. Übel. Down, down und down. Mh, du mich auch. So, tschüss und tschüss und tschüss. Was ist denn? Können euch nicht wehren? Waschlapp. Lächerlich. So, down. Na, was ist hier mit den Viechern? Ist mir egal. Oh man, jetzt greifen sie mich auch noch an. Die können doch eh nix. Bam, 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 bam. Da. Gut. Nice. Down, down, down. Down. Gut. Haben wir gemacht. So, schön den Heiler schon mal aufbohren hier. Das passt. Das passt auch. Verteidiger. Brauchen wir ja mit Snow eh, wie wir sehen. Ey. Was soll das? Einmal verdrückt oder was? So. Hier. Ist der Heiler auch schon voll? Locken wir ja meinen Polierer weiter drauf. Oh, sogar tot. Oh nice. Mh, Augmentor ist hier fertig. Beherre aber noch nicht. Desperado. Ist fertig. Was haben wir hier? Augmentor muss noch. Man weiß ja nie, wenn sich die Charaktere trennen, dann ist es besser, die Punkte schon mal zu verteilen. So, Angriffskraft und Magie. Ist dahinter noch was? Ja, TP 100. Okay. Gut. Ja, die kolossalen Viecher machen wir bisher nicht platt. Da haben wir keine Chance. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So, Elemente. Bla. Wo muss ich hin? Ich muss darüber. Also muss ich runter. Ja gut. Bitte, bitte. Dann machen wir doch doch. So, und tschüss. Whams. Okay, cool. Hm, bam. Nice. Oh, oh. BM of Time. Okay, ganz ruhig bleiben. Easy going. Wir müssen jetzt einfach nur schnell augmentieren. Und dann haben wir es. Ja, das passt. Drei Stück schon mal. Hm. Horach und eh noch. Gut. Wir ballern uns auch ganz schön hoch mit den ganzen Steps. Nicht schlecht. Hm, nice. Whams. Oh, oh. Hm. Und dann weiter drauf packen. Sehr schön. Den haben wir down. Und den bekommen wir down. Und zwar erstmal mit Manipulierer. Na komm. Manipulierer drauf. Ja, sehr schön. Gift drauf. Gift gar drauf. Verteidigung geschwächt. Oh, 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 oh. Oh, nice. Okay, wenn der sich verwandelt, der kriegt dann keine vollen HP-Bohnen. Gut zu wissen. Und dann. So, auch down. That key ist tot. Okay. Why? So, was haben wir denn hier? Oh, was Nettes. Oh, da sind Menschen. Hi, habt ihr Schiss vor uns, weil wir LC sind? Eigentlich nicht. Scheint die gar nicht zu jucken. Modifikation. Gucken wir mal. Oha. Wilder Grizzly ist vollständig. Okay. So, Windschnitter. Für Hope. Das ist aber egal. Wen habe ich in der Gruppe? Vanille. Ich habe Vanille in der Gruppe. Das heißt, Perlenflügel. So, einmal so. Einmal so. Die sind nicht wert. Die sind immer was wert. So, schon mal Stufe 8. Nice. Dann machen wir das doch so. Cool. Haben wir auch geboostet wie Sau. Dann können wir weitermachen. Oha, sind hier viele C's. Alter, was geht ab? Junge, Junge. Jetzt müssen wir gegen die Armee plus die Viecher, Alter. Unfassbar. Ja, die machen wir so platt. Da brauchen wir nichts mit augmentieren hier. Brauchen wir gar nichts zu machen. Tschüss. Bye, bye. Ihr könnt uns mal gern haben. So, tschüss. Hm, du mich auch. So, Doppelattacke. Whams. Wir können einfach draufkloppen. Passt. So, die Viecher sind down. Und jetzt kommt ihr dran. Weil ihr seid hier die Schießblutfiguren. Oder auch nicht. Ey, warum haben die so eine hohe Abwehr? Gibt's auch gar nicht. Lightning, lass ihn fliegen. Tschüss. Target zu Target. Target zu Target. Sehr gut. So, tschüss. Und Whams. Hm, was haben wir hier? Tschüss. Bye, bye. Oh, guck mal, da hinten. Wieser Samen. Der Witz wird auch nicht alt. Wieser Samen. Wieser Samen. Harklob weg. Der Kalix. Der Lauch. So, tschüss. Und bye, bye. Harklob weg. Autsch. Shooter hat weh. Ich hab doch gesagt, wenn ich mit Leveln fertig bin, können wir hier so durchrushen. Was besseres konnte uns doch gar nicht passieren. Hi, Wieser Samen. Was geht? Auch noch Präventiv-Flag oder was? Sehr gut. Na dann. Und tschüss. Komm, flieg. Sehr gut. Nur fliegen ist schön, habe ich gehört. Auch wenn man aufs Maul fliegt. Und tschüss. Bye, bye. Oh. Tschüss. Tja, Problem, was? Und weg. Der ist einfach nur noch in der Luft. Und kann sich nicht wehren. Witzig. So. 3000. Oh, da unten sind ganz viele Viecher. Aber die sind mir alle egal. Die brauchen wir alle nicht mehr. Was wollt ihr denn? Sanktumordner? Echt jetzt? Oh Gott. Komm, kloppt sie runter hier. Die zaubern sich Ena und alles drauf. Und das nützt gar nichts. Witzig. Tschüss. Diese bekloppten Balkuren können nix. 快 mal. Die war boss. Auch wenn man字? Das sind blatter.